Moin Pyros und herzlich willkommen zu diesem Testvideo. Und zwar haben wir jetzt die Double Deck Red von Xplode. Die hat uns sehr gefallen beim Vorschießen und deswegen haben wir die mitgenommen und wir sind schon sehr gespannt wie die jetzt ist. Deswegen geben wir jetzt Gas und zünden die. Ich kann nur sagen kauft euch diese Batterie für 20 Euro. Richtig geiles Teil. Bis zum nächsten Mal.